Die Vertraue werden nicht lange durchhalten, wenn ihr diese Verwüster nicht vernichtet. Fürst Elidan kennt ihr. Auf ihrem Weg über die Brücke hat Korvas eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Ihre Zahl ist uns weit, weit überlegen. Können die sie überhaupt besiegen? Kühe! Ein vielversprechender Anfang, doch der Mut scheint eure Truppen schon zu verlassen. Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen, wenn ihr nur eine Chance hättet zu überleben. Ihr seid es, die nicht davonkommt, Dämonenhexe. Amitland, selbst von hier oben zühne ich eure Angst. Sagt, habt ihr je daran gedacht, euch uns anzuschließen? Anführer, meldet euch! Wir sind bei der Seelenmaschine auf heftige Gegenwehr gestoßen. Ich muss näher ran. Ich schlöße hinzu, wenn ihr den Aufsteher angeht. Ich brauche ein Ziel. Schlachtenfürst, meldet euch! Radun! Ich bin aus der Reichweite. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich kann nicht. Ich bin ausgerissen. Ich bin ausgerissen. Ich bin ausgerissen. Welch eine Blamage. Ich bin jetzt die Euseinheit, die wir hier sehen. Ich habe kein Ziel. Sie haben mich getötet. Ich werde euch rächen, Geliebter. Das Gerät, das ihr soeben zerstört habt, stabilisiert die Gebäude der Legion. Schaut, ob es hier noch mehr davon gibt. Das Gerät zurückzitten hat. Das Gerät zurückzuzonellt ein. Was ist das? 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 Reichweite. Ich musste erst etwas anvisieren. Jedes Ziel kann ich nicht angreifen. Oh, gut. Eine weitere Seele für meine Maschine. Oh, gut. 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 das kann ich nicht angreifen dieses ziel kann ich nicht angreifen fürst elidan kennt den weg wir sind alles was zwischen der legion und unsere verlichtung tod der lehrt uns was ihr erfahren hat ich habe alles geopfert das ist nicht von der macht der legion überwältigt mein leben dient einzig dem untergang der brennenden legion ich habe alles geopfert es gibt kein anderes ziel als die vernichtung der legion ich habe mich nicht mehr es ist nicht mehr ich habe mich immer mehr Und alles, was zwischen der Legion und unserer... Wartet, ich kann die Macht werden. Es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Los, rauf in die Lüfte! Euch allen viel Glück. Ich bringe den Rest von uns dort hoch. Ich bringe den Rest von uns. 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 Schnell! Kain hat bereits mit dem Angriff auf Tyranna begonnen. Ich bringe den Rest von uns. 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 Ich brauche ein Ziel. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.